hallo zusammen aktien sparplan november ich freue mich wieder ein stückchen mehr zur million noch ist es keine million aber es sind 1 euro 89 wir gehen an die 2 euro zu und das mit nur einer ganz 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 kleinen sparrate und das schauen wir uns doch mal gemeinsam man schaut es doch mal her meine augen wandern auf das display bemessungsgrenze waren general electric 13,61 stück feizer ein paar zerquetschte und procter & gamble ein paar zerquetschte warum kommen hier diese stückelungen zusammen ganz einfach es ist eine 50 euro sparrate und wenn man die durch den kurs teilt hier hier waren es 20 euro 77 noch der kurs dann sind deshalb zwei komma noch was stück einfach ja und da ist die kamera was jetzt passiert ist 1 euro 89 ja wir gehen an die 2 euro ran das ist doch schon mal ordentlich was und wir gucken uns das ganze an wie das passiert ist dann kommen wir auch mal zu den schlechten sachen news about general electric kommen wir gleich dazu also das haue ich jetzt erstmal weg zack was habe ich getan wir gucken uns jetzt mal hier an die 1 euro 89 die sind auf das konto gelandet am 15 11 und zwar hat procter & gamble überwiesen 1 euro 89 das ist schon nach steuern also ihr braucht keine angst mehr vom finanzamt zu haben fiskus der euch hinterher läuft nein es ist schon alles in deutschland abgeführt wenn ihr eine bank geregelt im deutschen staat habt dann wird das hier alles abgeführt und ihr bekommt wirklich das netto auf das konto also 1 euro 89 das haben wir jetzt mal weg es ist bewiesen saugeil und ihr kennt mein motto ich ziehe das hier mal so ein bisschen größer gehen 50 cent geht auch ein euro logisch schaut euch die anderen videos an von mir geht ein euro gehen 1 euro 50 gehen 1 euro 89 wie heute ja dann gehen auch zwei euro wenn zwei euro gehen die nächste hürde zehn euro die nächste hürde 100 euro und wenn wir schon 100 euro im monat verdienen durch dividende im monat dann schafft man auch 200 300 und so weiter mein ziel ist es irgendwann aus deutschland wegzukommen nicht weil ich es nicht mag ich finde es einfach extrem teuer und ich mag es schlechte wetter nicht tatsächlich ich bin deutscher ich bin deutschland aufgewachsen ich liebe das land aber ich habe festgestellt dass man mit schlappen zwei bis 300 euro schon in südlichen ländern leben kann bei super sonnenschein und nehmen mal ein beispiel kroatien bosnien türkei diese länder arbeiten für 180 stunden bekommen 300 euro dafür für diese 180 stunden und man könnte schon sagen mit 300 euro kann man eigentlich schon aussteigen aus dem system näher werde ich dann mal darauf eingehen wenn ich ein buch schreibe wie mein leben so verlaufen ist also ich habe gefühlte 50 jahre schon gearbeitet ich bin jetzt 37 viele viele jahre selbstständig aber das sei jetzt mal dahingestellt wir machen dieses ding wieder ein bisschen kleiner gehen auf die 1,89 ein so sehe ein bisschen komisch aus mit dem scheitel erinnert mich an irgendeinen film naja muss jetzt selber ein bisschen lachen so was habe ich getan ich habe festgestellt nehmen wir noch mal gehen wir noch mal hier drauf ein also hier ist die abrechnung der indiba bei der bank bei der ich gerne bin und da sieht man proctor und gamble ich hatte zu dem tag 3,8 vier stück schauen wir mal ob das stimmt wo ist denn das zettelchen hier 3,8 vier stück wunderbar das gefällt mir und dann wurde abgerechnet bk wir bekamen für einen anteil 68 cent der wurde dann hier hochgerechnet sind zwei euro 65 sind paar kommastellen die haben sie weg radiert und 15 prozent haben wir leider quellsteuer das bedeutet alles was aus den usa kommt muss mit 15 cent abgedrückt werden prozent sind dann 0,34 euro finde ich heftig aber da kommen wir nicht drum rum muss weg so wird abgezogen bam 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 landen wir hier beim umrechnungskurs und ich habe 1,89 euro überwiesen bekommen ist doch schon mal was wir kommen auf die zwei euro zu und ich sage wie werde ich mich freuen wenn die zehn euro reinkommen oder die 100 schon ab 100 wird es dann interessant ja da habe ich dann ein neue ein neues system eine neue taktik das werdet ihr dann alles sehen bei folge x y vielleicht bald schon ich weiß es nicht jetzt gucken wir mal was habe ich getan was ist passiert leider wer es mitbekommen hat general electric hat ihr könnt sie einfach auf die nestag seite gehen und einfach mal nachgoogeln ich habe hier general electric eingegeben der kurs ist abgestürzt liegt bei 18 dollar knapp 15 16 euro und die letzte dividende wurde mit 0,24 dollar cent bezahlt am 25 10 die nächste ausschüttung ist hier am 25 1. 2018 kommt dann da oben hin leider wurden aus den 24 dollar cent ganze 12 dollar cent ja würde sagen saublädig aber general electric geht ja nicht unter deswegen sie brauchen einfach eine sanierung und haben die dividende gekürzt das schlecht für mein system gerade was ich hier vorstelle und sieht ja witzig aus wenn man hier so die augen verdeckte oder die nase ja oder hier den mund und dann sieht man gar nicht was ich mir rede ich alber so ein bisschen rum ich kann einfach nicht ernst sein so ich hoffe es stört euch nicht wir haben jetzt das problem dass die dividende gekürzt worden ist um die hälfte wir müssen uns was einfallen lassen also bin ich auf die idee gekommen zu gucken welche aktie tut auch noch zu den selben zeiten ausschütten jetzt zeige ich euch das und bin hier oben fündig geworden bei cisco systems ein computerausstatter und der hat wie general electric wir gucken uns das jetzt mal an er stüttet im januar aus april juli oktober janu april juli oktober ja schon mal etwas jetzt schauen wir mal dabei general electric janu april juli oktober janu april juli oktober ja ist doch geil oder also es heißt die schütten im selben monat aus und wir wollen ja hier unsere taktik bewahren dass wir sagen wir bekommen jeden monat geld das heißt deswegen habe ich ja pfeizer denn schaut euch die anderen videos hier unten an warum das ganze so ist und wir müssen jetzt löcher stopfen also auf welche idee bin ich gekommen wir machen jetzt mal cisco zu machen general electric zu und ich bin jetzt mal hier auf die aktie cisco gegangen bei der indiba kann man leider nicht alle aktien ansparen ich habe jetzt einfach cisco gefunden fand es eigentlich ganz gut und mir gefällt die jahreskurve mir gefällt die bilanz und wir schauen uns das mal ganz das ganze mal an was mir jetzt sehr gut gefällt also man sieht ja hier ein sparplan kann man machen bei der indiba und das ist gut wir schauen uns jetzt mal hier die das profil an kann sich auch mal die homepage anschauen da klicken wir doch mal zusammen drauf wenn wir hier schon zusammen gucken und sehen wir schon die golfer also sieht doch ganz ordentlich aus aber das ist ja nicht ausschlaggebend man muss dann schon die bilanzen nachlesen da gehe ich nächstes mal ein bisschen mehr drauf ein so wir gehen das ganze mal hier zurück und finden hier ähm was mir jetzt ganz gut gefällt dass wir hier einen umsatz erlös der halt ein bisschen steigern ist so die jahre das ist ja schon mal gut ähm jetzt gucken wir mal hier unten die anlagevermögen werden mehr also die kaufen mehr und eigenkapital steigt auch das ist schon mal gut dann haben wir fremdkapital es könnten halt kredite sein ja schulden wie jeder aber nichtsdestotrotz gefällt mir hier noch die investoren gruppe blackrock und vengard group eine der größten investoren äh hat schon was zu bedeuten wenn die sich hier einkaufen dann gehen wir mal weiter zu der analyse finde das wort irgendwie witzig wenn in der analyse steckt das wort naja auf alle fälle mache ich mir so gedanken über wortspielchen wir gucken uns jetzt mal hier an die dividende die dividende steigt hier von jahr zu jahr das gefällt mir sehr gut und ich gebe jetzt der aktie eine chance dass wir die bei mischen also wir wünschen sie nur bei das bedeutet als ergänzung weil die aktie halbiert worden ist jetzt geht hier mein akku aus schaffen wir noch und werden wir das dazu mischen jetzt schauen wir uns das ganze mal an so ich habe den sparplan schon eingerichtet und zwar sieht das so aus dass ich zack ich schiebe mich mal hier hoch jetzt zum ersten zwölften 100 euro syskosystems dazu packe wir gucken uns noch mal ganz kurz den kurs an liegt bei 31 euro das heißt knapp drei stück werden wir uns dazu beimischen so das machen wir zu zack dann general electric mit 100 euro noch mal einmalig weil die anteile ja so geschrumpft sind der kurs ist auf 15 euro gefallen dafür kriegen wir halt dann für 30 euro zwei stück das heißt knapp 6, noch was stück für die 100 euro das heißt wir brauchen ein paar anteile mehr und hier bleiben wir bei 50 und 50 das wären dann 1 2 300 euro einmalig für den dezember was habe ich getan dass ich auf das geld gekommen bin ich habe ja nur 150 euro zur verfügung ich habe meine cd sammlung verkauft leider gottes habe ich für 200 dvds schweren herzens geblutet knapp 150 euro bekommen 140 ein paar zerquetschte die habe ich jetzt da dazu beigepackt hat wehgetan habe ich übers internet verkauft aber pack meine aktien haben mehr davon und ja haben jetzt netflix-account vielleicht gehen wir mal auf die netflix-aktien das wäre doch super so kurz hin und her und hin und her gebastelt wir sind froh das war die alte liste das wir ich rede immer vom wir weil vielleicht der ein oder andere auch mit mir aussteigen möchte und dann so ein aktien sparen macht ja ich kann nur sagen 1 euro 89 leute das ist doch motivierend wie habe ich es gesagt gehen 50 cent geht auch 1 euro geht 1 euro gehen auch 1 euro 89 dann müssen wir doch nächsten monat schon so 2 euro noch was zusammenkriegen und dann gehen wir schon an die 3 euro ran und das ist super leute wenn ihr bock habt macht mit mir mit schaut euch den kanal an schaut euch die videos und dann von den letzten monaten ich will aber noch mal kurz sagen ich bin kein steuerberater kein finanzminister kein professor in dieser richtung also kann ich auch hier keine beratung einlegen macht das bitte bei euren bei euren finanzminister des vertrauens vielleicht kennt ihr den persönlich oder ihr geht es zu eurer bank oder ihr habt einen einen berater der euch das mal genauer erläutern kann ich mache das aus spaß weil ich so eine freude habe etwas aufzubauen und ich sehe dass das auch funktioniert in kleinen schritten ich habe keine millionen euro rumliegen sonst würde ich das in großen summen machen weil stellt ihr euch vor wenn ihr so viel geld habt es was in klein geht geht auch im großen ganz einfach ja so in diesem sinne macht mit mit macht mit mir mit schwere sprache die deutsche sprache und kommentiert doch unten sagt mir wie es euch geht was passiert habt ihr ein großes depot saugeil schreibt es mir drunter ich habe echt bock drauf ansonsten schreibt mir eine e mail und wie auch immer kommen wir in kontakt wenn ihr bock hat gibt mir daumen hoch und ein abo ich freue mich schreibt mir was über euren kanal ich gucke da auch rein also bis zum nächsten mal die nächste dividende ist ja schon bald fällig das heißt ich glaube am ersten zwölften wenn ich mich täusche und dann kommt ein neues video und dann freue mich dass es vielleicht zwei euro oder drei euro sind so bis dann euer robert jetzt hau mal rein und freuen uns um die knapp zwei euro zu knacken bis zum nächsten mal ciao